Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Panda Leadership Contest in Innovation & Tech, wir sind Net4Tech, der Network in Technology. Dein Ansprechpartner als Frau zur Forderung deiner Karriere in der MINT und Digital Business und dein Ansprechpartner als Unternehmer zur Ausbau von vielseitigen Teams und nachhaltige Entwicklung von profitabler Diversity. Mein Name ist Begonia Mirayo, ich bin die Gründerin und leite das Netzwerk Net4Tech mit Sitz in München. Mein Name ist Julia Baumanns und ich bin Business Partner von Net4Tech. Ich sitze in Dublin und viele unserer Ambassadoren findet ihr auch in ganz Deutschland verteilt. Ihr seid davon überzeugt, dass viele Optionen der Schlüssel für eure Karriere sind. Das ist auch der Grund, warum wir gemeinsam mit Panda kooperieren. Ende November findet der erste Diversity Business Hackathon statt, unser Business Kreatum. Kommt doch zu uns an den virtuellen Stand und wir erzählen euch gerne mehr darüber. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, auch einen Fastlane-Pass zu bekommen. Wir freuen uns riesig auf das Event gemeinsam mit euch. Wir wünschen uns dabei viel Spaß, viel Erfolg. Und wir sind ganz gespannt auf die Semifinalistinnen, die wir als Net4Tech-Rollmodels publizieren werden und damit volle Sehbarkeit für deren Karriere anbieten. Wir freuen uns sehr darauf. Viel Spaß. Kommt zu uns und besucht. Bis bald. Kommt zu unsarbe!